Hallo Wilma! Hallo Freddy! Und natürlich... Hallo Kinder! Freddy, ich sag dir, heute habe ich was ganz Tolles in unserem Garten entdeckt. Du, das ist ein Traum! Da bin ich aber gespannt, was das ist. Komm, sag schon! Ich weiß den Namen nicht. Bestimmt kennst du es. Es sieht aus wie Erdbeeren. Die Früchte wachsen aber nicht am Boden, sondern ganz weit oben. Wilma, das sind Himbeeren. Die habe ich schon probiert. Die schmecken voll lecker. Und ich sag dir, du musst unbedingt Himbeeren mit Fanelleis probieren. Davon kann ich nie genug bekommen. Das glaube ich dir. Nur bei Himbeeren habe ich echt ein Problem. Die Erdbeeren wachsen am Boden. Da kann ich einfach hinkriechen und eine nach der anderen anknabbern. Aber diese Himbeeren, die hängen so weit oben. Viel zu hoch für mich. Da komme ich nicht ran. Da hast du recht. Soll ich dir helfen? Wie machen wir das? Also, kletter mal auf meinen Rücken und dann bist du ein ganzes Stück größer. Hm, lecker. Soll ich dir auch welche mitbringen? Nee, gerade nicht. Freddy, danke, dass du mir geholfen hast. Du siehst halt immer, wenn ich Hilfe brauche. Und dann hilfst du mir. Ja, Freunde helfen sich doch gern. Gut, dass wir Freunde sind. Da fällt mir ein, Jesus erzählt in der Bibel eine Geschichte. Da braucht einer Hilfe. Und die Freunde gehen einfach vorbei. Dass jemand so etwas macht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Geschichte will ich hören. Herzlich willkommen heute zum Kindergottesdienst. Um zu erraten, um was es heute in unserer Geschichte geht, wollen wir zunächst mal mit unseren Händen unter der Decke fühlen. Da liegen verschiedene Gegenstände. Ich zum Beispiel habe gerade etwas ganz Weiches in der Hand. Ich habe etwas Dreckliches, was ein bisschen hart ist. Also, ich habe irgendwie etwas Rundes und das ist eher flach, also das fühlt sich jetzt nicht so dick an. Und dann habe ich da noch irgendwie so ein bisschen Weiches. Teilweise weich und ein bisschen hart. Und ich habe noch was, das ist ziemlich rund. An manchen Stellen ist es nicht so rau, aber an manchen Stellen kann man sich stark dran kratzen. Okay, Alicia, du kannst mal den ersten Gegenstand rausholen. Dann schauen wir uns mal an, was ihr erfüllt habt. Und Holz stecken. Ich weiß nicht, was der bedeutet. Ich habe eine Goldmünze. Und ich habe ein Tuch. Weiß. Schaue ich mal, ob ich auch noch was finde. Ah, ich habe auch noch ein weißes Tuch. Klicken wir mal zu deinem. Vielleicht habe ich noch was. Noch ein Holzstecken. Nur dicker. Und ich habe hier noch was, was langes. Irgendwas. So ein Reiten, Pferd oder ein Eselchen. Okay, ein Reittier. Wollt ihr mal gucken, ob noch was drunter ist? Hint mal die Decke mal an. Okay, das war alles. Also ich denke ja, dass es irgendwie irgendwas mit Pferden gibt. Vielleicht ein Reitturnier. Und das hier sind die Hindernisse. Könnte es sein. Keine. Ja, also ich glaube vielleicht, dass irgendjemand vielleicht so irgendwie halt was spielt, wo man so reiten muss. Und mit Klocken und so gegenseitig Münzen. Und vielleicht finde ich dich mit den Holzpfosten, also mit diesen Holzdingern, gegenseitig vom Pferd stoßen. Also von diesen Stecken. Könnte ich denken, das könnte, dass diese Holzplöcke, Pfosten sind, die man in die Erde haut. Und wie beim Fußball nur auf Pferden reitet, rechts und links so ein Tuch hat. Und versuchen muss, mit dieser Münze inzwischen diese zwei Stecken zu werfen. Und wenn jemand, wenn vom gegnerischen Team die Gegner alle beiden weißen Tücher weggenommen hat, muss man vielleicht eine Minute rausgehen und muss dann warten, bis man wieder rein darf. Das waren alle sehr gute Ideen, die ihr hattet. Lassen wir uns mal überraschen, um was es in unserer Geschichte wirklich geht. Jetzt wollen wir die Geschichte hören. Jesus erzählt seinen Freunden öfters Geschichten. Und eine dieser Geschichten erzähle ich euch jetzt. All unsere Gegenstände, die wir vorhin kennengelernt haben, kommen in dieser Geschichte vor. Ein Mann geht eine sehr gefährliche Straße entlang. Die Straße ist lang und es gibt viele Räuber auf der Straße. Der Mann hat ein bisschen Angst, weil er allein unterwegs ist. Er schaut sich um. Auf einmal hört der Mann es in einem Gebüsch neben dem Weg rascheln. Der Mann läuft ein bisschen schneller. Doch plötzlich springt eine Räuberbande aus dem Gebüsch. Die Räuber schlagen den Mann mit Stöcken. Der Mann ist verletzt und blutet. Er fällt auf den Boden. Er kann nicht mehr aufstehen. Die Räuber stehlen sein ganzes Geld und sogar seine Kleidung. Dann lassen die Räuber den verletzten Mann einfach am Straßenrand liegen und rennen weg. Sie kümmern sich nicht mehr um ihn. Das ist ganz schön gemein von den Räubern. Der arme Mann liegt da und ihm tut alles weh. Aber plötzlich hört er Schritte. Wer kommt denn da? Vielleicht jemand, der ihm helfen kann? An den schönen Kleidern erkennt der Mann, dass es ein Priester ist, der da vorbeikommt. Ein Priester ist ein Mann, der an Gott glaubt und ihm im Tempel dient. Der Priester wird ihm bestimmt helfen. Oh nein! Der Priester hilft dem armen Mann nicht. Er tut so, als ob er ihn nicht sieht und geht einfach weiter. Vielleicht hat er Angst, dass er sich schmutzig macht. Das war nicht nett von dem Priester. Jetzt hat der verletzte Mann noch mehr Angst. Kurz darauf kommt noch jemand vorbei. Er will zur Arbeit und hat es sehr eilig. Auch er hilft dem Verletzten nicht. Wer soll ihm jetzt noch helfen? Aber da hinten kommt noch jemand. Je näher die Person kommt, desto besser kann der verletzte Mann sie sehen. Es ist ein Samariter. Die meisten dachten damals, Samariter, das sind komische Menschen. Die beten anders als wir. Ob der Samariter wohl anhalten wird und dem verletzten Mann helfen? Der Samariter bleibt tatsächlich stehen. Der verletzte Mann denkt jetzt, oh weh, der wird mir bestimmt nicht helfen. Der will mich vielleicht auch noch schlagen. Aber das will der Samariter nicht. Er hat Mitleid mit dem verletzten Mann. Er hat in seinem Rucksack etwas gefunden. Verbandszeug. Der Samariter hilft dem verletzten Mann. Er nimmt das Verbandszeug und wickelt es um die Wunden des verletzten Mannes. Der Einzige, der ihm also hilft, ist der, von dem er es am wenigsten erwartet hätte. Und als er ihn fertig verbunden hat, lässt der Samariter den verletzten Mann nicht einfach liegen, sondern er verpackt seine Sachen, setzt seinen Rucksack auf und hilft dem verletzten Mann auf. Er hebt ihn auf sein Reiztier. Gemeinsam ziehen sie los. Der Samariter bringt den Mann zu einem Gasthaus. Dort sagt er zu dem Besitzer, pass gut auf diesen verletzten Mann auf. Gib ihm zu essen und versorge seine Wunden. Gib ihm auch saubere Kleidung zum Anziehen. Hier bekommst du von mir das nötige Geld dafür. Der Samariter hat dem verletzten Mann also sehr geholfen und Mitleid mit ihm gehabt. Er hat sich Zeit genommen und war für ihn da. In unserer Geschichte heute haben wir also erfahren, dass der, von dem er es am wenigsten gedacht hätte, der war, der geholfen hat. Und das kann uns in unserem Leben auch passieren, dass wir uns von anderen Hilfe erwarten, aber von denen keine Hilfe bekommen und uns stattdessen ein anderer, von dem wir es nicht gedacht hätten, hilft. Zum Schluss möchte ich noch ein kurzes Gebet mit euch sprechen. Lieber Gott, es ist wirklich toll, dass der Samariter dem verletzten Mann geholfen hat. Hilf auch mir, dass ich anderen auch immer helfen werde und auch helfen kann. Danke für deine Unterstützung. Amen. Amen. Amen.